So Leute herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy Und Mario gefreut sich natürlich auch wie immer Wir haben letztes Mal in der Kuchen steckt Jetzt schaue ich gerade mal ob irgendwo ein Komet im Anflug ist Nein? Und da haben wir dabei mal weiter in der Küche Machen wir ein paar Baller geschenken Und einen Kaiserschmarrn La la Wenn man sieht was mich an der Kuppel von der Küche nervt Ist der Weg nach oben Weil das so ewig lang ist Und wir müssen eindeutig schauen dass wir mehr Sternenstaubteile zusammenbringen Dass wir die Mit dem Fax ein bisschen fudern können Phantom Galaxy Im letzten Part haben wir ja Da haben wir ein Luigi Befreit der uns dann gleich mal Ehm 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 Und da haben wir jetzt Weltallschutz und der Geisterboss. Lauf machen, Lauf. Ich haus die Fledermäuse. Okay. Was ist jetzt da los? Schwarze Buhu. Was kannst du dir noch? Was ist da los? 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 Das haben sie cool gemacht, oder was das ist. Das macht irgendwie fun. Okay, das ist die D-die-die-die-die-die-die-die. Oh, das ist wirklich gut, wenn wir mal auf. Oh, das ist wirklich gut, wenn wir mal auf. Okay. Loll. Ja, die Skarren ist relativ gefährlich. Ich will es jetzt am Ameinander probieren, aber sonst eigentlich relativ cool zu machen. Machen wir ein Maxi-Pilz? Nein, das machen wir nicht. Ich weiß noch nicht, was auf uns hört, aber ich glaube, dass hier jemand mit schwarzen Geistern zum Todes haben. LOL! Das sieht doch mal funny aus. Aha, da muss ich noch wieder. Oh je. Wow. Ich werde vielleicht gar nicht mehr so hochgeschickt werden, wo ich mir... Geil, ich kann gleich zuwein nehmen. LOL! Was sollte das sein? Sollte das ein Herz, Lunge oder... Eierbecher? Ich weiß nicht, was das sein sollte. Auf jeden Fall, jetzt wird er richtig angekommen. Oh, da haben alle was gegen mich. Ja, ich weiß schon, dass die Vermögen... Wow. Das werde er so schnell wie möglich gleich lösen. Guck, guck, ich brauche wieder ein Geist. Was ist das Goldene? Was ist das Goldene? So meinst du, oder? Ja, was meinst? Oh, schade. Jetzt werde ich gleich mal die Fernbedienung wechseln, weil sonst... Und gleich geht's weiter. Sicherheitsschlaufen natürlich nur noch nicht. Denn wir müssen ja das alles... Wir müssen ja eine Vorbildfunktion haben. Wenn man schnell gehen muss, dann... Dann feige ich das Ganze auch. Nein, ich habe die Zungen gemachten extra. Gut, ich mache mir jetzt ein Sicherheitsvideo. Und dann geht's los. Das ist das Spiel. Ich probiere das trotzdem nochmal. Ich... Das ist mir nicht wert, dass ich da meine Kussbranche gerne teile. Opfer. So. Willkommen zurück. So. So. In your face. Ich behavioral Grenzen. Willkommen zurück. Ich habe mir diese Tease und ich werde schon wieder aufpassen. Aufpassen. Wofür ist das du übernöcht? Ob der der Mama nicht bei braucht, dass man mich gar noch nicht schmeißt? Voll auf die Glühbirne. Komisch, ich habe bloß 4 Fänger. Waaah, ich mache es schon wie mit Kiesisch war. Wow. Nicht lustig. Woa, woa, woa. Jungen. 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 noch fast, probieren wir jetzt auch nicht mehr. So, jetzt hast du wieder mal noch gekriegt. High five. Oder high four in dem Fall. Aber eigentlich ist ich relativ putzig. So. Down. Down, 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 ba-ba-ba. Wir können wieder Power stehen. Juhu. 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 Knapp aber geschafft. So ist es in der Schule auch immer gegangen. Hauptsache durchgekommen. Oder war es bei euch anders da? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich eh mal interessieren, in welche Schule das meine Zuschauer gehen. Notendurchschnitt. Und, ob sich überhaupt eine Notendurchschnitt zusammenrechnen können. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wo da davon gezeichnet ist. Wahrscheinlich wird der dann von Luigi kommen, oder irgendwie so. Und dann, dann mal weiter. Dann gehen wir zu der Postkampf. Okay. In your face. Bose Juniors Schifffabrik. Für jahre Boses Armada. Ke RGB. Ke WhatsApp. G speran. Ja. Cucke drauf. Keific Imperator. Und dann greifen wir auch noch. Wow! Da wo mich die aufgeführt, oder wie? Ja, ich verstehe, wie ich hätte den Punkt erwischen sollen. Super! Dann eben noch einmal. Ich weiß, dass ich auch ein bisschen weiß. Kommen! Äh, nix lol. Ich habe wieder einen. Das hat bald was. Das hat was du durst zu sagen. Nein, es ist endlich soweit. Mein Herz pocht so sehr, als wohl er es zerreißen. Endlich schluckt der Schluss. Boah, ich habe Freude. Ich habe mein Herz gehalten, aber wir müssen das verstehen. Ich habe das bei mir noch einmal in den Prenn. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Und ein Weg für den Weg. Und ein Weg für den Weg. Und ein Weg für den Weg. die und nur und jetzt mit mit bist du schmerzten Nein, jetzt sammle ich nicht mehr lange rein, ich will das so viel, ich will das jetzt einfach schaffen oder was. Ich beschleunige, kannst du nicht mehr was tun. Jetzt kann ich mich jetzt bewegen. Okay, vorerst mal kurz Sicherheit. Du gibst wohl nie auf, dann muss ich dich eben persönlich plattwalzen. Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu erfolgen. So gehst du mir münzen. Eins, zwei. Der ist hier noch vorne. Das macht die Schuss mit. Das macht die Schuss mit diesen Schuss. Der hat mich auf die реальноer Seite von Schuss. Das macht die Schuss. Dann kann ich mich so. Jetzt kann ich die in diesem Schuss. 4 4 ich glaube du bist und wo 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 jetzt jetzt verrick ich einen äh 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 in einer Cooper lol also top aufhörst was willst du denn 30 der 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 Ich hab nicht, dass ich da jetzt nicht zu viel zusammenbringe. Dann geht's, müssen wir zu hoffen. Dann geht's, müssen wir zu hoffen. Dann geht's kurz. Dann geht's, okay. Dann geht's, müssen wir zu hoffen. der will nur lang händen jetzt können wir da mal gut gelohnt super jetzt ist der Akku ganz schön kann ich an den mal so 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 das ist nicht mehr normal Leute chill Alter was geht denn da ja super so das ist nicht schön kühlig und kühlig das war immer noch wo 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 kauf mal kauf mal kauf mal kauf mal hat denn so richtiger nun hat Also jetzt verliere ich nicht Sinn, um das zu wachen, ich will doch wenigstens nicht. Aber zum Schluss, du musst mal schnell sein, sonst kämpfst du nicht mehr zusammen. Auch wenn du sie brauchst da wüscht. Das war's. 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 Sehr gut. Okay. Wer soll denn die Schuhe? Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Yep. Das war's. tschüss und bis zum nächsten Mal. Außer großer Linie meistens den Quatsch. Uh, neue Kuppe.